so willkommen zurück ja wir sind jetzt wieder hier und schau mal was hier dieser suburban laden sieht mir nach kleidung irgendwas aus ja ist es auch ah excuse me I got this interview at this tech company I'm thinking I need something I don't know geeky youth lost your job in the world's moved on huh I didn't lose my job of course got too old got outsourced same thing happened to my dad now you got to fit in with a different generation what about a vest and some cargo shorts alright ja wir nehmen einfach mal das hier jetzt haben wir es schon okay ja 120 dollar für so ein scheiß auch ein bisschen übertrieben aber egal so wie wir gehen muss jetzt auf den weg zum büro des so jetzt wählen wir hier läster an und wir geben uns in der zeit ins büro des live invader jetzt muss ich den ton hier drauf ein bisschen runterstellen von meinen boxen weil ich glaube die hat man schon im mikrofon gehört denn ich höre separat über boxen aber irgendwie muss ich mir da mal was einfallen lassen dass ich das ändern kann jetzt glaubt es einen kleinen hänger aber okay so gehen wir mal zum hintereingang damit wir da auch heimlich reinschleichen können wir wollen hier nicht durch ein vorderen kann alle leute auf ihrer mittagspause erwecken so live in weder in deutsch google nein keine ahnung hey p.m. ist pushing for more functionality but we are maxed i mean if anything we have to strip features especially if we plan on releasing Wie schnell raucht der? So, folgen wir dem Programmier mal mit unserem richtig geilen stylischen blauen East-Pack-Hochsack. Invader-Coffee. Hier hocken sie alle an ihren Mechs und Windows und alles mögliche. Was ist das für eine Scheiße? Oh, nervt mal nicht. Was ist das für ein Scheiß? Oh, nervt nicht. Vor allem, weil die Maus richtig scheiße ist. Ich muss ein Produkt schreiben, Brohim. Ich fühle mich. Sie müssen mich auf eine andere von diesen Seminaren schicken. Warte, bitte nervt nicht. Antivirenprogramm, Antivirenprogramm. Gib mir einen Moment, bitte? Und wir scannen. Ja, komm, wir Computer scannen. Weg mit denen, das ist scheiße. Du willst einen Freizeit für einen Air-Gitarre nehmen? Gib mir den Wink, Bro. Siehst du, ich habe nicht das Manual an mir. Und das sollte es tun. Du kannst nicht versuchen, dass du Dinge sicherlich für Arbeit zu halten. Hey, habt ihr den Prototypen in der Demo-Rolle gesehen? Wenn Norris es in der Keynote anbietert hat, wird die Mäste blöden. Ja, sie sind. So, jetzt müssen wir diesen Prototypen da verdrahten. Schauen wir mal, wie wir das am schnellsten erledigen. Kommen wir hier rein? Ja, perfekt. Oh, nice. Äh, den Rucksack hier lassen, würde ich sagen. Mann, wenn es wieder blöden wird, dann bist du mein Typ. Tschüss. Aber egal, bestimmte Bombe drin oder so. Fettbewerb, schau dich. Komm, du musst die Fettbewerbs lernen, wenn du hier einen Job bekommst. Okay, folg mir. Okay. Oh. Ein A-Hole trank mein Fettbewerb. Es war wirklich nicht vieles Essen. Danke schön. Äh, wir schnappen uns hier mal gleich den Bus, weil wir sonst nichts anderes finden. So, komm mal raus. So, komm mal raus. Hey, Michael. Hold on, hold on. Domed! Ich domed dich! Lester. Das Ding ist in der Prototypen. Ich gehe nach Hause und schaue den Kino. T-Bag time, mein Freund! Lester, hörst du mich? Are you playing that game? Ja, ja. Sorry, phone is rigged. Now, what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to find American life and a two hour plot in which the hero looks good? Oh, wie toll ist mit dem Bus in sein Haus da rein? Keine Lust auszusteigen. Anyway, just call the device after he's unveiled. Aber das passt. Ah, der Mini ist wieder da. Äh, ja. Ihr habt den Bus. Es sind sogar noch Leute drin. Schlechte Grafik. Schlechter Fernseher. Bitch. Please welcome Mr. Jay Horace to the stage. Hey. This company has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Carolyn. Today, you're about to witness a new phase. Full on, weapons grade, red alert, world domination. We have put a billion people's private data in the public domain and we have milked every penny we could in the process. But we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years? That's not just impressive. It's revolutionary. Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness the future. The life invader mobile device. Yes, we have invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Now you're going to be able to stay docked. Yeah, but who do we have to call now? Here, Jay Norris. On the subway. Stay docked. You need to be.. Oh, hold on a second- I think someone is trying to talk with me. I like what? Oh, fuck! Oh, fuck. quelle longe... Oh mein Gott. Bestanden. Nun ja. Ah, ich bin falsch. Das war doch mal was. Das war schwer. Siehst du die News? Ich muss nicht. Ich stehe auf die Marken. Ich stehe auf die Alfa rein. Okay. Hey, über die andere Sache. Sie wissen, die Score. Oh, ja, ja, absolut. Wir machen es. Putz auf eine Suche, seht ein bisschen professionell, und mich in meine Warehouse auf der L.S. Freeway. Oh, und ich werde dir einen Link für die Exchange. Du kannst in ein paar Trades von deinem. Ich versuche zu bleiben, aber vielleicht werde ich einen Blick. So. Erstmal das Dach einfahren, und ich mache mir einen Wegpunkt wohin. Ähm. Muss ich mal kurz schauen. Hm. OK. Hm. ... ... Okay. Was? Hä? Jetzt checkte ich gar nichts mehr. Ups. Ach, nicht drücken wir mal das Falsche. Oh, wir müssen aus dem Auto raus. Ich glaube, sonst geht das nicht. Ah. Denn wir machen jetzt mit Franklin weiter. Denn da gibt es jetzt vielleicht auch neue Missionen. Dann schauen wir nämlich da mal rein. Und der ist hier irgendwo am Strand gerade. Was macht er denn da? Beim Flughafen. Ja, schön. Oh, der hat richtig Muskeln bekommen, oder? Bin ich der Meinung. So, was will er denn jetzt? Die Ende doch. Hab jetzt aber keine Lust. Denn wir machen uns auf den Weg zu unserem Haus. So, Moment. ¡Halala! I feel like going to a movie. Okay, nein, wir sind falsch. Irgendwie verwechsel ich gerade was. Wir müssen doch nochmal, oh, ich drücke immer das Falsche, zu Michael gehen, weil wir müssen mit dem jetzt weitermachen. Und zwar gehen wir mit ihm dann, fahren wir jetzt zu Lester rüber und schauen uns an, was der uns langweilig ist zu erzählen hat. Starten wir unser Mini. Das müsste ich dringend mal verbessern, dass das schneller geht. Oh, und es regnet. Aber wir sind Gangster, wir machen das Dach trotzdem runter. Oh yeah, geile Mucke hier. Ich muss mal gucken, welche Radiosender das ist, aber habe ich keinen Bock. Denn ich will es jetzt wissen. Okay, einer vor Radios, Radio Los Santos. Oh, irgendwas mit Space, glaube ich. Okay, ich glaube nur in eine Sache, meine religiöse Möglichkeit, um zu schreien. Was? So confusing. Wie viele Frauen kann ich lieben? Kann ich Geld und helfen? Ja, Weinwood, Hollywood Studios oder so. So, jetzt haben wir's. Amanda! Helfen wir, helfen wir, helfen wir nicht. Okay, helfen wir. Okay, kleine Planänderung, dann gehen wir zuerst zu Amanda und machen da danach Lester weiter, in der wir hoffentlich Geld endlich mal anschaffen konnten. Wir haben uns ja irgendwie so zum Teil versprochen, dass wir dann, ja, wie soll ich sagen, einen kleinen Überfall machen. Jetzt kriege ich meinen Mini nicht mal unter Kontrolle. Oh, schon werden wir da... Oh, scheiße! Oh, das ist doch schlecht. Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Und drei Sterne los zu werden wird jetzt auch schwer. Ach, ist das ein Scheiß. Aber wir haben Amanda eingesammelt. So, wir verstecken uns hier jetzt mal. In der Hoffnung, dass sie uns nicht finden. Ich bin auf dem Topf. Get paid to snoop on employee e-mail. Train for three e-mails and you'll be qualified to begin an E-Sage. Go, 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 go! Relax, I got this. Oh, scheiße! Oh, scheiße! Wie werden wir jetzt los? Vielleicht bedient wird mir hier gleich eh einer auf der Autobahn. Ja, nerv nicht, Schlampe. Der fährt aber ein... Oh, ja. Fuck, 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 fuck. Oh, jetzt haben wir ja noch einen Hie. Willst du mich doch verarschen? Ja, das können wir ja nicht mehr schaffen. Ach, das ist doch echt scheiße jetzt. Wer die Scheiße ablehnen soll, Mann. Die Schlampe kann sich selber helfen. So, wer kann ich mich da drüben in dieser... Vielleicht kann ich mich da verstecken oder so. Oder ich fahr hier an den Strand. Hier dürften sie uns jetzt nicht finden. Ich hoffe, die Sterne gehen jetzt gleich weg. Vor allem, weil wir gerade wieder schön die Folge überziehen. Also wird diese hier wieder länger. Oh nein, da kommt einer. Scheiße. Oh, wir haben es geschafft. Oh, zum Glück. Irgendwie. Wir haben es geschafft, wenn wir die Mädchen-Kab-Routine machen. Wow. Wirklich? Jetzt? Du bist ein Pigg. Nicht sagen! Was? Dann habe ich alles, was ich will. Also warum bin ich siehletzt? Oh, meine Lippe sind siehletzt. Weil wenn du das sagst, dann werde ich das gleiche zu dir sagen. Ich sage nichts. Ich mache nur mein Bestes, um uns aus der Strecke zu halten. Wie die mich immer anschreiben müssen, wenn ich deren ihr scheißbeschissenes Leben habe. Das ist auch so... Familien. Dann würde ich es dann auch am liebsten erschießen. Dann steht da irgendwie so ein Scheiß wie Höh, Mission fehlgeschlagen. Kann da nicht mal stehen. Sie haben das richtig getötet, getan. G-Tan. Äh, nicht wirklich, honey. Sieh, ich bin ein Simmer. Sieh, du bist ein bisschen ein Fehler. Aber hey, Kudos für den zu versuchen. Äh, was auch mal geil wäre, wenn man sich irgendwie Kredite holen könnte. Ich habe eine Idee. Wollen wir sehen, wie Agent David in die Ehe Aber die würde kein Schweine in die DDR zurückzahlen, also... Wäre das wie G-Tan. Ja, nervt halt nicht. Dann fahr ich dir auch nicht in den Rhein, wenn du mich... Oh, immer diese Frauen hier. Steuern. Ja, verpisst euch. Aber der Mini hält viel aus. Auf jeden Fall. Mein Gott, ey. Frauen. Aber wir haben die Scheiße geschafft. Gerippt. Ich glaube, das wäre jetzt irgendwie so ein Zwischendingsbums, was man machen kann. Ja, Hobbys und Zeitvertreiber wahrscheinlich. Aber gut. Ja. Ähm. Hinfahren werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Ich beende hier die Folge und wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin. Ich beende hier. Vielen Dank. Vielen Dank.